Hallo, mein Name ist Fabian Scholz von Comfortac Production. Heute möchte ich euch gerne mal die Referenz Hotelhafen Hamburg vorstellen. Eins der schönsten, ältesten Hotels von Hamburg. Kommt mal mit! Ja, hier sind wir in der Lobby des Hotelhafen Hamburgs. Absolutes Highlight ist der 88 Zoll LG Stretch Monitor. Super schönes Format, wie ich finde. Man kann diverse Informationen, ähnlich wie bei einer LitWars-Säule, untereinander positionieren. Und spielerisch, wenn man möchte, auch mal einen digitalen Concierge ablichten. Highlight-Produkt des Hauses. Kommt mal weiter, ich zeige euch mal den Rest. Hier im Hotelhafen Hamburg haben wir sechs Konferenzräume. Jeder Konferenzraum wird über unsere Software-Displays gesteuert. Und vor jedem Raum glänzt ein 10 Zoll Monitor, der über die Software gesteuert werden kann und gesagt werden kann, was bist du heute, wer ist dein Gast, wer ist der Buchende. Hier das Testzentrum für Corona derzeit. Ein weiterer Monitor ist hier vor der Gastronomie. Das Schöne ist hier, alle Lösungen können über die gleiche Software realisiert werden. Ob es so ein Türschild ist, ein Lobby-Monitor oder wie hier die Preistafel der einzelnen Gerichtenauszeichnungen, ist alles mit einem und demselben System für euch lösbar. Da das Hotel drei Eingänge hat, war es für den Kunden sehr wichtig, dass an jedem Eingang der Kunde sofort aufgegriffen wird, geleitet wird, wie auch hier im zweiten Seiteneingang. Super praktisch und einfach für den Benutzer hier im Hause ist, dass er von seinem Arbeitsplatz aus alle Displays steuern kann, ein Rückfeedback kriegt, ob sie an sind, was sie anzeigen, ob alles das verplant ist, was drauf muss. Sehr angenehm, man muss nicht durchs Haus rennen. Hier ist nun der Eingang von der Tower Bar, auch spannend gelöst. Kommt mal mit. Direkt im Eingang werdet ihr wieder abgeholt von dem LG 88 Zoll Stretch. Auch hier konnten wir das realisieren und werden geführt in die einzelnen Etagen. Ja, noch ein Eingang, der Residenzeingang im Hotelhafen Hamburg, wird man abgeholt vom 65 Zoll UH 5F von LG. Auch vernünftige Größe, passt sich perfekt hier in die Räumlichkeiten an und der Gast wird wieder abgeholt, begrüßt und informiert, wie geht's weiter, links oder rechts. Zum Schluss sind wir in der Tower Bar des Hotelhafen Hamburgs. Mega Ausblick. Ich hoffe, euch hat der Rundgang hier im Hotelhafen Hamburg mit uns gefallen. Bei Interesse meldet euch bei uns, wir freuen uns auf euch. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. Bis zum Schluss. behavior pastor. Untertitelung des ZDF, 2020